Sehr geehrte Stefania Giannini, liebe Kollegin Ministerin Anja Kalitschek, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Countdown läuft. Bis 2030 hat sich die globale Gemeinschaft Zeit gegeben, die Wende hin zu einer nachhaltigen Welt zu schaffen. Wir sind jetzt im Jahr 2021. Viel Zeit bleibt also nicht mehr. Was wir jetzt brauchen, ist eine Decade of Action. Wir müssen die Ziele der Agenda 2030 konsequent umsetzen. Nachhaltigkeit heißt, die Lebensverhältnisse auf dem gesamten Planeten zu verbessern und die natürlichen Lebensgrundlagen für kommende Generationen zu bewahren. Und dazu sind wir alle verpflichtet. Dabei gilt, Bildung ist der Schlüssel. Durch Bildung stärken wir unsere Gesellschaften. Wir stärken demokratische Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und deshalb haben wir die Verabschiedung des neuen Programms Bildung für nachhaltige Entwicklung für 2030 auch von Anfang an unterstützt. Mit dieser Konferenz geben wir dafür den Startschuss und jetzt geht es an die Umsetzung. Ich kann Ihnen schon heute sagen, wir stärken Nachhaltigkeit als zentralen Baustein unserer internationalen Kultur- und Bildungspolitik. Das umfasst zum Beispiel den Ausbau unserer Wissenschaftsdiplomatie. Gerade vor einigen Wochen haben wir ein neues Programm zum Schutz verfolgter Studierender gestartet. Auch in unserem weltweiten Schulnetzwerk, Schulen, Partner der Zukunft oder an unseren Botschaften weltweit, ist Nachhaltigkeit zu einem zentralen Querschnittsthema geworden. Mit innovativen Projekten und Veranstaltungen wollen wir die Vermittlung nachhaltigen Lebens und Handels weiter fördern. Ganz aktuell zum Beispiel durch einen Game Jam zu den SDGs in diesem Monat. Schauen Sie doch einfach einmal bei unserem virtuellen Konferenzstand vorbei. Hier präsentiert das Goethe-Institut seine vielfältigen Aktivitäten im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, it's the final countdown, so heißt es im Lied von Europe. Und in der Tat, wir haben nur diese eine Welt und wir haben immer weniger Zeit umzusteuern. Deshalb ist es gut, dass wir mit der Berliner Erklärung gemeinsam deutlich machen, wir sind entschlossen, die SDGs umzusetzen. Und wir sind überzeugt, dass das neue UNESCO-Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung dafür auch ein wichtiger Baustein ist. Vielen Dank an alle Organisatorinnen und Organisatoren und uns allen eine gute Konferenz mit viel Gelegenheit zum Austausch und dank des virtuellen Formats sogar fast emissionsneutral. Herzlichen Dank.